So. Ich glaube, ich mache hier lieber ein Schild hin. Ich hatte kein Schild, ne? Das war der Grund. Ich hatte kein Holz dabei. Deswegen konnte ich kein Schild machen. So. Gut, dann ist es ja auch egal. Okay, das geht also nicht. Klack, klack. Ich werde da dran vorbeirennen und nicht mehr dran denken. Aber das ist jetzt auch egal, weil wir hier eigentlich fertig gearbeitet haben. So, dann können wir hier ganz normal regulär runtergehen. Wobei da ja immer noch die Frage im Raum stand, ob wir weiterhin Stichproben machen. Quasi Stichbohrungen, so wie hier. Bäm. Zack. 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 Quasi einfach hier rein. Wir sehen nichts, also gehen wir weiter. Äh, wobei wir ja die Mitte aushöhlen wollten, fällt mir gerade auf. Genau, wir wollten ja hier quasi im Prinzip in aller Ruhe, da haben wir es ja schon. Und dann ging das ja im Prinzip so, dass wir sagen, eins, zwei, drei, eins, zwei. Und die Axt ist schon wieder hinüber. So, so, du und du und eins, zwei, drei. Du, du und du. Eins, die Ratte packen wir doch mal da hin. Zwei, den Ofen packen wir doch mal da hin. Und drei. So. Ja, da können wir eigentlich sogar unter die Treppe gehen. Was wir aber, glaube ich, bisher nie getan haben. So. Zwei. Drei. So, und dann müssten wir ja hier jetzt eigentlich durchbrechen. Tun wir aber nicht. Ja. Da sind wir auf jeden Fall durch. So, und so. Und den kann man ja auch wegmachen. Und dann sind wir hier und hier und da. Und auch schon wieder da durch. So. Und ich glaube, wir hätten wirklich einen tiefer müssen. So, ich schiele mal ein bisschen auf die Uhr, weil ich denke, es wird für mich wieder Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Okay. Ähm, tuk, tuk, tuk. Okay, doch. Bisher waren wir... Na, nicht immer. Okay, das wäre der, also doch. Okay, das heißt, da unten bin ich wahrscheinlich einen zu tief rein. Das wäre Nö, das wäre schon in Ordnung. Das wäre der. Okay, das heißt, eins, zwei, drei. Genau. Ja, immer schön drei reingraben. Und hier bin ich, glaube ich, ein zu viel. Eins, zwei, drei und vier. Genau, da bin ich ein zu viel rein. Aber das ist ja jetzt auch nicht die Welt. So. Da haben wir eine Probebohrung gemacht. Da sind wir eins, zwei. Drei. Da haben wir auch eine Probebohrung gemacht. Da haben wir nichts gefunden. Hier sind wir noch dabei, das Zeug auszuhöhlen. So. Drei. Wie gesagt, das ist jetzt fast ein bisschen enttäuschend, dass wir auf dem Stand, wo wir gerade sind, eigentlich nichts mehr finden, weil wir vorher so viel gefunden haben. So. Das ist ja jetzt... Naja, ist auch egal. Ganz ehrlich. So. Das ist jetzt alles egal. Ich könnte mich eigentlich schon auf einen Nachhauseweg machen. Aber ich denke, wir machen jetzt einfach nur die Treppe bis zum Ende. Na, ich wollte gerade sagen, es dürfte ja nicht mehr viel sein, aber es sieht mir schon noch nach einem Stück aus. So. Zwei. Drei. Vier müsste das jetzt sein? Ne, das ist in Ordnung. Zwei. Drei. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei und drei. So. Dann dürften es von hier jetzt bloß noch zwei sein. Zack. Zack. Zack und zack. So. Und hier machen wir auch noch ein bisschen sauber und da noch ein bisschen sauber. Und dann sind wir hier auch schon wieder durch. Und haben die nächste Ebene geschafft. Unter der wir dann hindurch wollen. So, und dann sind wir auch schon unten. Eins, zwei, drei und vier. Wobei, ich ja sonst immer, ja, also ich bin da quasi einen zu kurz gelaufen. Weil eigentlich ist das eins, also da bin ich nicht tief genug quasi. Genau, dann bin ich hier nicht tief genug. Das heißt, hier muss der eigentlich weg. Die müssen eigentlich alle weg. Du musst weg. Du musst weg. Du musst weg. Du musst weg. Und du musst weg. So. Dann kommt da eine Treppe hin. Da kommt eine Treppe hin. Da kommt eine Treppe hin. Und der muss auf jeden Fall auch noch weg. Okay, was war das gerade? Und dann kommt hier auf jeden Fall noch eine Treppe hin. So. Und mich interessiert jetzt, was das war. Und deswegen machen wir hier eine kleine Probebohrung. So. Eins, zwei. Tack, tack. Tack, tack. So. Und hier haben wir schon wieder Kohle. Das ist schon mal eine schöne Sache. Das heißt. So. Eins. Wir brauchen hier trotzdem die Fackel. Ha. Jetzt zwei, drei und vier. Zwei, drei, vier. Zwei, drei, zwei, drei. So. Gut. Ähm. Das hier ist dann... Ja, quasi. Fast. So, wie ich es haben möchte. Okay, das ist nicht so, wie ich es haben möchte. Also möchte ich es so haben. Und so. Ähm. Okay, es ist fast so, wie ich es haben möchte. Ähm. Es ist alles maßlos schwierig. So. So. Das heißt, du kommst da hin. Du kommst da hin. So. Das heißt, hier wird rein gezimmert. Und zwar drei. Eins, zwei, drei. Oben wird nachgehöhlt. Unten wird nachgehöhlt. Und dann wird der Rest hier rausgenommen. Und dann habe ich da vermutlich Kohle. Das heißt, ich müsste hier auf einem Niveau sein, wo ich Kohle finden dürfte. Und zwar gar nicht wenig. So, wir wollen eigentlich auf dem Niveau... Nein. Auf dem Niveau. Wollen wir bleiben. Was wir da unten treiben, das kriegen wir schon selber raus. So, und dann sind wir quasi auf dem Niveau hier, wo wir quasi ein bisschen in der Gegend rumfuhr werkeln können und Kohle finden. Und ich spekuliere dann auch, dass wir demnächst hier wieder lustige Höhlen finden werden. Die wir dann lustig und munter erkunden können. Was ich jetzt natürlich auch noch spekulieren müsste und dürfte, ist... Das nimmt hier kein Ende. Das ist echt der Hammer. So, da ist auch wieder Kohle. So, da ist auch wieder Kohle. Da ist auch wieder Kohle. Da ist auch wieder Kohle. Ist da noch Kohle? Ja. Da ist auch wieder Kohle. Richtig. So, habe ich noch? Ich habe noch. Du, du, du und du. So. Da ist jetzt aber zu. Da ist zu. Gibt es hier noch Kohle? Ich sehe es nicht. Ich knab mal. Okay. Gibt keine Kohle mehr. Das bedeutet, wir können hier wieder zumachen. Also zum einen muss hier ein Stein rein. Muss da ein Stein rein. Und das ist mir ziemlich egal. So. Hier wollten wir eh noch rein. Wegen Kohle. Ich schiele auf die Uhr. Es ist schon wieder viel zu spät. So. Das heißt eins, zwei, drei. Umdrehen. Eins, zwei, drei. Okay. Hier gibt es wieder Kohle. Und Metalle. Zwei, drei. So. Zwei, drei. So, ich merke gerade einen gewissen Ermüdungsgrad. Ich möchte aber natürlich trotzdem in dieser Folge hier weitermachen, beziehungsweise an dieser Stelle hier weitermachen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt fürs Abbrechen nach Hause. Das reicht, wenn wir das das nächste Mal machen. Ich setze hier mal eine Fackel hinter mich. Bam. So, einfach, damit wir es haben. Okay. Oh, Mann. Ich sehe schon. Hier gibt es gut wieder Zeug zu holen. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge weiter. Nicht in dieser. So. 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 Wir erhöhen jetzt einfach nur das Ding bis zum Ende aus, bis es die richtige Dimension hat. Und dann denke ich, mache ich eine kleine Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Aufnahmesitzung wieder. Ich würde mich sehr freuen, euch wieder begrüßen zu können und mit euch quasi die Minen hier zu erkunden. Wie gesagt, ich muss auch noch irgendwie mal schauen, was ich mit den Mods und Mobs so treibe. Wie gesagt, die Mobs, ich bin nicht so wirklich begeistert mit von denen, mit diesen und überhaupt und sowieso. Und, ähm, in diesem Sinne platziere ich hier jetzt erstmal ein paar Fackeln. Stemme ich dann hier quasi so hin und dann weiß ich schon gleich, okay, hier muss ich weitermachen. Wie auch immer, bis dahin. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Vielleicht essen wir jetzt erstmal noch eine Kleinigkeit. So. Und dann vielleicht ein bisschen Rattenfleisch. Das reicht erstmal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Und auf Wiedersehen.